So Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu COD, BO3. Wir zocken wieder Hardcore und wir zocken den Modus Abschuss bestätigt, weil sich das jemand gewünscht hat. Den Zombie-Modus lassen wir mal ganz gepflegt hinter uns, denn sowas behindert ist, habe ich noch nie gespielt. Und deswegen widmen wir uns eher wieder den ganz normalen Multiplayer hier, auch wenn das auch der absolute Wahnsinn ist, jedes Ding. Aber gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, der MP gefällt mir tatsächlich besser als der Zombie-Modus. Aber ich habe auch noch keinen Zombie-Modus gespielt vorher. Okay, so, los geht's. Dann lassen wir uns hier mal töten, höll ich gesagt, oder? Eine Runde sterben, geht aufs Haus. So Leute. Hardcore, wir sind ohnehin schnell down. Den haben wir. Aber meine Marke, ich will meine Marke haben, die kann ich mir jetzt natürlich nicht holen hier. Kumpel, du hast alles im Blick, oder du wartest hier nur? Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! He-he-he-he! Oh, war da gerade... ist da gerade... Scheiße! Komm, 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 lauf! Lauf, Junge, lauf! Geh mal hier lang. Komm, ich will die Marke haben. Los, lad nach, das Teil. Warte mal, da kommt bestimmt gleich... Oh Mann! Ich habe gerade noch gesagt, da kommt bestimmt gleich jemand und dann ist schon passiert. Das Blöde ist, dass du die Marken gleich einsammeln musst. Wenn du das nicht machst, hast du halt verkackt, ja? Aber es ist halt der... Der Sinn dieser... dieses Dings hier. Und wieder haben wir einen schönen Teamkameraden gekillt. Das ist so episch. Oh, 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 oh! Ne, Junge, komm, du machst das Ding hier. Ach, der ist schon tot, der Macker, oder was? Alter, die ganze Zeit ist keiner da, weiß. Komm, komm, ich raus, stehen sie wieder hier rum, ey. Ja. Ja. Geil. Komm, Junge. Ich weiß ja nicht mal, wo ich hingehen soll hier. Da ist wieder mal keiner. Und wenn ich jetzt wieder hier langgehe, sind wahrscheinlich hunderte da. Oder ich werde hinterrücks von irgendwen getötet wieder. Kommt, Leute. Los, Mann, lauf doch. Oh, Mann. Alter, ist das ein Kackspiel, ey. Ist das ein fucking Kackspiel. Stirb, Mann, ist meine Marke, auch wenn sie mir jetzt eh geklaut wird. Ja. Der Kollege wieder zwei Marken. Kann er sich wieder eine Runde freuen, ey. Fuck, 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 von wo? Fuck, 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 von wo? Komm, komm, Junge, die Marken, schnell. Los, 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 Mann, lauf. Junge, nicht schon wieder schleichen. Hier einfach laufen. Man muss gar nicht tun, du Gimp. So, komm, hier. Ist alles im Griff, Kumpel? Ich hoffe schon. Das ist einer von unseren Leuten. Was aber gut ist, dass die momentan nicht so campen, wie sonst. Ja, sonst campen die ja recht gerne. Das ist jetzt momentan irgendwie nicht der Fall. Zumindest sehe ich das hier nicht so. Vielleicht ist das eine Truhe. Ja. Ein Trühchen. Warte mal, warte mal. Eine Marke. Eine Marke. Los, Baby. Komm, 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 lad. Mann, Junge, nicht hängen bleiben hier. Alter, du bist doch sowas von hängen geblieben. Komm. Scheiße, hier wurde jemand eiskalt erledigt. Oh, fuck. Junge, ich wollte dir doch bloß helfen, Mann. Ah. Alles klar, Leute? Scheiße. Ja, ohne Karte ist schon heftig. Du siehst gar nichts. Überhaupt nichts. Hast keinen Plan, wo die Leute hocken. Komm. Weißt doch nicht, wer gewinnt. Das ist irgendwie lustig. Hellstorm unterwegs. Da ist noch einer. Fuck. Ah, Mist. Scheiße. Oh, komm, sammeln das Zeug ein hier. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis man die Punkte dann quasi sicher hat. Vielleicht einfach immer so mal ein bisschen warten zwischendrin. Ey, lustig ist, dass du die Dinger echt dann auch in der Luft holen musst. Die Marken. Mann, Junge, häng doch nicht überall. Komm hier. So. Oh, Junge, du. Oh, 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 oh. Oh, ja. Na klar. Na klar. Perfekt gesetzt eigentlich. So ein Depp wird schon reinrennen. Oh, hier rüber. Das wäre es jetzt gewesen. Verkackt auch noch. Feindliche Konterdrohne in der Luft. Radar offline. Ja. Ist keiner? Zumindest schaut es im ersten Moment so aus. Junge, alles klar? Okay. Okay. Oh, ist denn mal... Hä? Wo hockt der? Ich glaube, jetzt haben wir einen Camper gefunden hier, oder? Aber wo hockt da der Camper? Verbündete Drohne nähert sich. Wo hockt der scheiß Camper hier? Ja. Das ist auf jeden Fall deine Marke. Ich bin dafür gestorben, ja? Ich habe gedacht, da oben hockt jemand. Aber ich habe mich gehört. Feindliche Konterdrohne in der Luft. Radar offline. Junge, komm, Mann. Komm, sammeln das Zeug ein hier. Oh, Mann, Alter. Hätten, da steht ja schon wieder jemand. Also, den ersten Camper haben wir schon mal enttarnt hier. Schön mit Sniper. Schön am Ende des Tunnels. Oh, geil. Los, lauf! Ich glaube, die wollte gerade ein Team machen, mit Braut. Achtung, feindliche Vorräte von oben. Junge, lauf! Nicht anhalten, laufen! Komm! Oh, warte mal, da sitzt doch einer. Ja, da hockt doch einer. Ey, hätte ich jetzt fast nicht gesehen hier. Komm, komm, komm. Oh, Mist. Scheiße. Fuck. Haben wir? Komm, 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 komm. Ja, die will ich auch sehen. Das ist nicht so ein leicht, ihr Kumpel. Oh, Mann, ey. Ein Geben und Nehmen, ein ständiges hier. Vorsicht, Leute, von rechts hier. So, komm. Aber irgendwie ist Sau, wenn ich los, ne? Kann es sein, dass es kaum einer zockt, hier Abschluss bestätigt? Hier läuft ja gar nichts. Haben die keinen Bock, oder was? Ja. Die haben, glaube ich, echt keinen Bock, hier das Ding zu zocken. Ich glaube, Herrschaft und Team Deathmatch ist wahrscheinlich so das meistverbreiteste. Obwohl im Prinzip eigentlich alles dasselbe ist, ja. Ist nichts anderes hier als Team Deathmatch. Gar nichts anderes. Du hast halt so hässliche Marken einsammeln musst, ja. Aber wirklich sinnvoll ist das hier alles nicht. Ah, zu Ende hier. Wo stehen wir? Warte mal. Zweiter, 1415. Na ja, komm. Komm, Junge, komm. Oh. Alter, das ist aber auch so ein richtiger Luckshot, oder? Wenn ich das gemacht hätte, wäre ich fünfmal gestorben und der Typ erledigt den echt noch, oder was? Der Gegner muss so schlecht gespielt haben. Echt geil. Ja, aber zweiter Platz mit den Punkten, was willst du mehr? Ist doch in Ordnung, oder? Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Däumchen hoch da und schreibt natürlich wieder Kommentare. Abschluss bestätigt war das wieder mal von CODBO3. Bis dann. Ciao.